Servus aus Bayern Medals und herzlich Willkommen zu einem neuen Fashion Haul aus unserem Onlineshop. Ich habe heute wieder schöne Boho Mode für euch, tolle Sommerkleider und rede jetzt auch gar nicht lang, sondern fange auch gleich damit an. Ja Melz, ich habe euch dieses wunderschöne Kleid mitgebracht und zwar, ihr seht schon hier wieder diese schöne Borde hier mit diesen kleinen Spiegelchen, ein bisschen so in kräftigeren Farben. Das gleiche spiegelt sich hier unten wieder, also es ist praktisch ein wunderschönes Kleid, die Baumwoll, das ist Baumwollqualität und ihr habt hier 3 Viertelärmel mit einem kleinen Gummibund, aber er ist jetzt nicht zu eng, aber ihr könnt es trotzdem schön auch mit dem Gummibund nach hinten geben. Die Farbe ist hier ein wunderschönes Türkis mit so Weiß und auch hier habt ihr den Kordel und das Ganze habt ihr wieder einen Gummibund unter der Brust und somit passt euch das Kleid ca. bis zu einer Größe 42 und auch hinten habt ihr einen kleinen Ausschnitt, also manche haben Angst, hinten ist ein riesen Ausschnitt, also es ist kein großer Ausschnitt und vorne, also seht ihr schon, es ist schon hier ein bisschen offenherziger. Wer das nicht mag, da gibt es ja so kleine Glitzersteinchen, die man sich da reinmachen kann oder man trägt einfach eine unserer tollen Ketten und somit finde ich das eigentlich gar nicht schlimm, beziehungsweise im Sommer ist ja eigentlich ein Ausschnitt einfach auch nichts Schlimmes. Ja und das gleiche wunderschöne Kleid habe ich in so einem, ja so einem Pinkton, so einem dunklen, tiefen Rosaton, ist also auch sehr schön, auch in Baumwolle und auch hier habt ihr diese gleiche schöne Spiegelborde und ich finde auch hier mit diesem, mit diesem Schnitt, das macht einfach wirklich eine tolle Figur. Gürtelliebhaber können natürlich auch gerne wieder einen Gürtel drum tun, ja ich finde das einfach ein tolles Kleidchen, könnt ihr natürlich auch wieder mit Jeansjacken arbeiten, ist einfach ein Sommerträumchen, egal ob ihr eigentlich im Urlaub oder zu Hause, man kann das ja eigentlich immer sehr individuell stylen. Ja das nächste Kleid hat eher den gleichen Print, nur hat es hier Spaghetti-Träger und einen anderen Ausschnitt und das ganze Kleid fällt jetzt ein bisschen kleiner aus. Ihr seht also auch hier sind wieder diese schönen Verzierungen und auch hier ist es ansonsten gleich gearbeitet. Hier hinten habt ihr praktisch das ganze gesmoked und so gibt es schon ein bisschen nach, aber ich sage jetzt mal, das Kleid passt maximal bis zu einer Größe 40. Auch wieder sehr schön dazu unsere Jeansjacke, egal ob die weiße oder die blaue und schon habt ihr den perfekten Style. Als nächstes habe ich wieder ein traumhaft schönes Wattigkleid für euch und zwar ist es hier wieder viskose Qualität. Und zwar in diesem schönen, ja angesagten Mint-Grün-Türkis mit Braun kombiniert, also ein traumhaft schönes Kleid finde ich persönlich, hat hier wieder Spaghetti-Träger und hier hat es so, ja so Pailletten, so kleine, ja aufgestickte Blümchen und so eine Borte. Ist also wirklich sehr sehr hochwertig gemacht und an der Seite hat es auf jeden Fall einen Schlitz, ist ein bisschen wie Bluse genäht, passt euch auf jeden Fall bis zu einer Größe 42 und ist ein absolutes Sommerträumchen. Auch das nächste Kleid ist wieder so ein richtiges Sommerträumchen und zwar auch wieder mit hier einem Gummibund gearbeitet, auch wieder in diesem schönen Türkis und auch hier sind wieder so schöne Blümchen aufgestickt. Also das ist wieder sehr sehr hochwertig gemacht, auch eine wunderschöne Farbe. Die Länge, ihr wisst, ich bin 1,64, also ich zeige euch mal, also 1,60 sollte man vielleicht in etwa sein. Wieder ein schöner V-Ausschnitt und durch diesen Gummibund passt euch das Kleid wieder bis zu einer kleinen Größe 42. Ist also auch hier zum Beispiel unterfüttert, also irgendwo ist auch das Futter, genau. Und hinten hat es kein Muster, hinten ist es recht schlicht gehalten, ist also auch wieder ein tolles Sommerteilchen. Dann komme ich für heute zum letzten Teil und zwar hier zu diesem wunderschönen Seidenrock. Ist also so richtig ein bisschen so im Country-Style, finde ich also mega schön. Ihr habt hier oben wieder einen Gummibund, also der Rock, der passt euch locker bis zu einer Größe 42, denke ich jetzt mal, ja 42, kleine 42. Hier seht ihr das nochmal mit dem Gummibund und die Farben, die sind einfach traumhaft schön in so Kaki, Petrol Orange, einfach so sehr schöne, natürliche Farben. Und hier sieht natürlich einfach auch wieder eine Jeansjacke-Klasse aus und das zeige ich euch noch kurz. Also ich würde jetzt hier wahrscheinlich tatsächlich die Kaki-Farbe wählen, wobei ihr natürlich auch wieder die Creme oder Beige oder einfach auch die Weiße dazu anziehen könnt. Aber dieses Petrol Kaki ist eigentlich die gleiche Farbe hier wie im Rock ist. Seht ihr das? Also das ist einfach, ja, einfach wie gesucht und gefunden dazu. Und ihr wisst ja, diese Jacken, die sind einfach der Knaller. Ist einfach jede Farbe wunderschön und egal ob zu Hause oder in den Koffer reingeknüllt, sogar in die Handtasche kann man sie knüllen. Also ihr habt diesen wirklich knittrigen Effekt und ist einfach das absolute Summer-Must-Have. Ja, am Ende ist das war's für heute. Das war ein bisschen wieder aus unserer Boho-Serie. Mal wieder ein paar schöne Kleider und auch eben dieser Rock. Ganz bisschen unterschiedlich alles gemacht, aber einfach mega sommerlich und einfach sehr, sehr schön für den bevorstehenden Sommer oder die nächste Reise. Auf jeden Fall wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag, Melis, und wir sehen uns und wir hören uns. Auf jeden Fall wünsche, am Ende. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Enein. Vielen Dank.